ja hallo liebe 4k freunde so soll nun ein kleines info video werden da ist ja immer noch nicht so richtig bekannt vor saturn zwei kaufen eins geschenkt also quasi die 3 für 2 aktion was jetzt endlich bekannt gegeben wurde von der seite bluret jetzt die das klein gedruckte ist jetzt bekannt bekannt aktion online gültig ab dienstag 28 8 20 uhr das ist heute startet die aktion online die aktion offline startet morgen 29 august mittwoch ab wann euer laden aufmacht denkt man 9 bis 10 uhr startet die offline also im markt und online startet heute schon 20 uhr zwei kaufen und eins und sonst auch auf 4k filme dvds blu-rays spiele alles mit dabei das war's